Schwangere Johanna Klum hatte Frühwehen Es ist sicherlich ein besorgniserregendes Gefühl für jede schwangere Frau, frühzeitige Wehen. Für Johanna Klum, 37, wurde genau dieser Albtraum nun zur Wirklichkeit. Die Moderatorin ist aktuell zum zweiten Mal schwanger und vor Freude auf das Geschwisterchen für ihre fast dreijährige Tochter ganz aus dem Häuschen. Vor kurzem jagte ihr ihr kleines Würmchen im Bauch aber ganz plötzlich einen riesigen Schrecken ein, Johanna hatte viel zu früh starke Kontraktionen. Auf den Schreck erstmal ne Waffel. Gestern hatte ich auf einmal Wehen. Und das, obwohl mein Baby doch eigentlich noch ein paar Wochen Zeit hat, kommentiert die 37-Jährige einen Schnappschuss auf Instagram. Sorgen müssten sich ihre Fans jedoch keine machen, jetzt ist wieder alles entspannt. Und ich hoffe, das bleibt auch noch ein bisschen so, gibt sich die Hexamayona-Sängerin optimistisch. Obwohl es die ehemalige Viva-Moderatorin kaum noch abwarten kann, ihren Sprössling endlich kennenzulernen, muss sie sich im Bestfall noch ein bisschen gedulden, der Familienzuwachs soll planmäßig erst im Juni das Licht der Welt erblicken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017